Es ist mir, Martinio! Ich weiß gerade nicht mal, wie Luigis Name in diesem Fall war, ich hoffe, wir erfahren es noch. Ich meine, er wird auf jeden Fall auch noch einmal genannt hier. Naja, wie dem auch sei, in diesem Spiel geht es halt darum, den besoffenen Mario und Luigi durch Level zu manövrieren. Ja, die ein bisschen so eine Parodie darstellen sollen. Und ja, eigentlich passiert das Spiel ganz gut so zur Advents- und Weihnachtszeit, weil für gewöhnlich ist ja die Weihnachts- und Adventszeit so für Glühwein bekannt. Es ist zwar hier kein Glühwein, aber denkt ihn euch einfach. Und es soll euch lernen, auf jeden Fall nicht davon zu viel zu trinken. Merkt euch dies. Dieses Spiel soll ja auch was lernen. Auf jeden Fall ist dieses Spiel tatsächlich nur eine Demo. Also wir spielen hier nur einen Teil des Spiels. Es gab zwar auch damals eine Vollversion, aber für die Vollversion wollte man damals Geld sehen. Während man für die Demo halt nichts verlangt hat. Was ich halt ein bisschen dreist fand. Deswegen gibt es halt auch nur einen Teil dieses Spiel zu sehen. Wir werden es also nicht durchspielen können. Es hat 10 Level, sag ich euch, und wir kriegen nur die Hälfte zu Gesicht. Was natürlich schade ist. Aber ja, müssen wir durch. Dafür haben wir für die paar Levels, die wir haben, sowieso ziemlich verrückte Dinge. Wir werden sehen, was auf uns zukommt. Beziehungsweise ihr werdet es sehen. Ich kenne das Spiel ja noch ziemlich gut. Bin auch froh, dass ich es auch noch zum Laufen gekriegt habe. So, dann würde ich mal sagen, los geht's. Genau. Wir haben die Auswahl zwischen Story Mode, Challenge vs. und Extra. Als erstes machen wir natürlich den Story Mode. Die anderen Sachen machen wir im Nachhinein, dass wir die durchgehen. Man hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel einen Story Mode hat, aber es hat einen. Es wird zwar wenig erklärt, gezeigt, beziehungsweise... Ihr werdet es sehen. Es ist ein sehr verrücktes Spiel. Ich würde mal sagen, wir starten einfach mal direkt mit der Story und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Muss man erstmal gucken, was ich hier drücken muss. Neues Spiel oder Laden? Natürlich neues Spiel. Ein Spiel da oder zwei. Ja, man könnte das Spiel sogar auch zu zweit spielen. Was allerdings ein bisschen merkwürdig ist. Es war eine lustige Option. Trotzdem ein bisschen fragwürdig, warum man das gemacht hat. Aber okay, wir starten direkt los. Stage 1, die Bar. Wähle den besten Aufgabespruch, um Prinzessin Schnaps zu beeindrucken. Ja, das ist ein kleines Minispiel, wo wir sozusagen die richtigen Antworten geben müssen. Wir müssen Prinzessin Schnaps sozusagen um den Finger wickeln. Was sich leichter gesagt als getan anhört. Es gibt hier viele Antwortmöglichkeiten. Und ich glaube, nur eine ist tatsächlich richtig. Ich denke mal, wir werden im Nachhinein dieses Level nochmal machen müssen. Beziehungsweise es gibt verschiedene Optionen. Es gibt witzige Antworten. Wir werden auf jeden Fall möglichst viele Sachen hier ausprobieren in diesem Level. Mal gucken, wie weit ich jetzt in diesen ersten Versuch komme. Gut. Was haben wir denn für Antwortmöglichkeiten? Das kleidet gut an dir aus. Aber es würde hübscher an... an meinen Schlafzimmerboden aussehen. Okay, das klingt ein bisschen brutal. Du bist wie ein Pop-Tart. Du bist cool, weil du heiß bist. Pop-Tart ist glaube ich irgendwie sowas zum Essen. Dein Vater muss ein Bäcker gewesen sein, weil du ziemlich heiße Brötchen hast. Okay. Hey Baby. Wie wäre es, wenn wir einen neuen Highscore zusammen erregen? Okay, das sind alles Gamersprüche mehr oder weniger. Du musst von Jamaika kommen, weil du mich ziemlich verrückt machst. Oder schöne Schuhe. Lass es uns tun. Okay, die Frage ist, was würde sie jetzt entsprechend beeindrucken? Weil mit der falschen Antwort würde sie uns als Schwein bezeichnen und aus der Bar werfen. So viel kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Ich würde jetzt die Sache mit den Jamaika machen. Okay, ich versuch's mal mit den Jamaika. Du musst aus Jamaika sein. Weil Jamaika mich verrückt. Oh, du. Hey. Okay, das erste Level ist geschafft. Also man kann hier gewinnen oder auch verlieren. Okay, wir sind bei der Allee. Und jetzt erfahren wir sogar, wie wir das Spiel spielen. Quasi so eine Hommage an Mario Party. Also das Spiel hat sich auch vieler Sachen bedient. So viele Ideen und so. Finde ich eigentlich schon ganz witzig. Ah ja, hier steht sogar der Name. Lugi heißt der. Okay. Hilf Martino und Lugi. Ähm, aus dem Allee, aus der Allee zu finden. Kollabiere, um Kugelbomben auszuweichen und geh zur Seite, um Blumen auszuweichen. Links und rechts steuern wir in die Richtung und mit B kollabieren wir einfach mal. Ah ja, man muss es zweimal drücken, damit wir wieder aufstehen. Ja, gut. So viel zum zweiten Level. Okay, wir haben nur drei Treffer, die wir aushalten können. Jetzt geht's hier durch die Allee durch. Wir müssen geschickt, besoffen, ausweichen. Das ist nicht einfach. Martino steuert sich ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall muss man wirklich schon sagen, die Idee, die die Leute hier hatten, ist wirklich schon ein bisschen merkwürdig. Ich meine, wer kommt auf die Idee, Mario oder Luigi besoffen zu machen? Und dabei eine Art Fangame zu machen? Ich muss nur natürlich geschickt aufpassen, dass mir diese Blumen keine Probleme machen. Okay, ich hab's verkackt. Nochmal von vorne. Ja, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Deswegen muss ich erstmal da reinfinden. Das ist zwar nicht schwer, aber mein Problem war gerade, wo ich getroffen wurde, irgendwie wieder vernünftig aufstehen zu können. Naja, mal sehen, machen wir das nochmal. Können wir nochmal ein bisschen den Hintergrund beachten. Und dann gibt's einen Feuerausgang. Also einen Fluchtweg. Obwohl die Treppen auch ein bisschen merkwürdig sind. Aber viel witziger ist doch, dass hier wirklich alles selbst gezeichnet wurde. Statt irgendwelche Assets zu nehmen. Nö, man hat einfach hier wirklich aus eigener Hand gezeichnet. Was natürlich auch schon beachtenswert ist. Und das ist bei nicht unbedingt vielen Fangames der Fall gewesen. Dass man das gemacht hat. Sich die Mühe. Aber ich merke schon, dass die Sachen immer rein zufällig entgegenkommen oder runterfallen. Es ist nie gleich. So, wir weichen einmal hier aus. Okay, ich kann nicht lesen, was da draufsteht. Ich glaube nicht, ähm, sprühmalen. Aber egal, wir gehen raus. Hey, seht euch das an. Ich hab mich schon gefragt, wo ich geparkt habe. Und jetzt fahren sie einfach mal mit dem Kart durch die Gegend. Aber wie heißt es doch so schön? Don't drink and drive. Martinio und Lugi machen hier leider Programm da draus. Jetzt dürfen wir nämlich wirklich drunk driving machen. Besoffen fahren. Was nicht leicht ist. Oh meine Güte. Das ist keine gute Zeit für unsere Helden für eine Vergnügungsreise. Versuche nicht so stark zu lenken, um den Hindernissen auszuweichen und das Ende des Levels zu erreichen. Riesige LKWs sind so sofortiger Tod. Ja, das wäre auch im echten Leben so, wenn man mit dem Go-Kart einfach mal über die Straße fährt. Also Leute, ich mein's ernst. Don't drink and drive. Okay, die Hindernisse werden wenigstens schön angezeigt. Ich fand eigentlich dieses Level ziemlich witzig. Weil die Steuerung doch schon ziemlich verrückt ist. Ei, ja gut, wir sind tot. Haben nicht mal ganz die Hälfte geschafft. Ah, gut. Noch ein Versuch. Okay, noch einmal Mario Kart Drunk Driving Edition. Kann man wirklich schon so sagen. Wir werden wenigstens früh genug drauf hingewiesen, da kommt etwas. Aber beim LKW ist es brutaler. Weil wir wissen ja, ein Treffer und wir sind tot. Die Hütchen sind nicht so brutal. Die machen uns eigentlich gar nichts. Die können wir umfahren. Aber trotzdem fahren wir gleich ins Ziel. Dann sind wir daheim. Daheim. Aua, scheiße, Mann. Das war knapp. Oh Mann, oh Mann. Das Auto war gerade richtig blöd. Oh Mann. Schön, wir wurden von dem Ölkanister leider erledigt. Ich war fast am Ziel. Ach, scheiße. So, jetzt aber richtig. Ich kann doch eigentlich Mario Kart. Aber nicht Drunk Driving Edition. Man muss aber auch sagen, die Musik ist auch sehr verrückt. Ist aber auch eigens komponierte Musik, muss man ja auch dazu sagen. Es ist nicht aus einem Mario Spiel oder so genommen. Man hat sich hier wirklich komplett eigene Freiheiten genommen. Ich finde es heute wirklich ganz gut. Also es ist so wirklich das verrückteste Fangame, was ich kenne. Was ich auch noch dazu sagen muss, es gehört sogar zu diesen Fangames, die auch auf manchen PCs ein Virus verursacht hatten. Also es hatte eigentlich mal ein Virus. Ich habe es trotzdem all die Jahre irgendwie gesichert in der Hoffnung, dass es vielleicht nicht wirklich ein Virus ist. Also wenn irgendwann mein PC nicht mehr geht, wisst ihr, welches Spiel ich das zu verdanken habe. Wobei es auf diesem PC irgendwie nicht mehr als Virus erkannt wird. Ich denke mal, dass es, weiß nicht, ein gefälschter Virus war oder so. Aber es ist halt wirklich ein sehr verrücktes Spiel. Mit sehr verrückter Musik, die aber irgendwie auch toll klingt. Deswegen weiche ich jetzt mir wie ein Profi aus aus den Autos und dann bin ich im Ziel. Nein! LKWs ausweichen ist nicht leicht. Ich habe eigentlich gedacht, ich würde es besser hinkriegen. Ich meine, den einen Versuch war ich ja fast am Ziel. Aber nein. Diesmal gönnt ihr mir nichts. Komm schon, Martino. Nein, das tut gut. Ich muss aber auch ehrlich sagen, das Spiel findet man heutzutage gar nicht mehr im Internet. Was wirklich schade ist. Also selbst die Vollversion würde man nicht wahr am Al finden. Ich bin gleich tot. Ach man. Es ist nicht wahr. So ein Ölkanister macht einen große Probleme. Aber das ist bei vielen der alten Fangames, dass sie wirklich heutzutage... Wie sollte man das überleben? Das ist ein Zufallsprinzip, das war unmöglich, jetzt auszuweichen. Zwei LKWs, sofortiger Tod. Keine Chance. Okay. Aber ich meine es ernst, Leute. Macht das nicht nach. Seid nicht wie Martini und Lugi. Bei besoffenen Autofahren kann nur böse enden. Und das ist wirklich so. Ich würde es auch nicht mal mit einem ansatzweisen Schluck Bier machen. Och, scheiße. Denn das ist echt nicht gut. Na komm schon, ausweichen. Okay, das war knapp. Komm schon, Konzentration. Ziel in Sicht. Ich war eigentlich da. Ach, scheiße. Ach, Mann. Ich glaube, ein paar Versuche werden wir noch brauchen. Obwohl es wirklich jetzt eigentlich am Ziel war. Also der Punkt war am Ziel. Da konnte ich auch nicht mehr ausweichen. Unfair. Wenn der Anfang schon so losgeht. Zumindest hatte ich nicht wieder zwei LKWs. Wo ich so überhaupt keine Ausweichmöglichkeiten hatte. Okay, komm schon. Jetzt weichen wir wie Profis aus. Slalom Fall ist gar kein Problem. Für Martino ist das doch nix. Ein Klacks erweißen wir nicht, wo es lang geht. Ich habe Angst, dass mir jederzeit ein LKW entgegenkommt. Okay, es war nur ein Auto, Gott sei Dank. Nein! Blöder LKW ist da. Ich glaube, wir brauchen noch fünf Jahre, bis wir das Level geschafft haben. Tut mir leid. Ich habe gedacht, ich kriege es besser hin. Ich habe das Spiel auch nicht vorher geübt. Aber was soll ich gegen so ein fieses Zufallsprinzip auch machen? Das ist schon unfair. In diesem Level. Auch wenn das wirklich unter mein Lieblingslevel war. Einfach nur wegen dieser verrückten Steuerungsart auch. Die man hier gemacht hat. Okay. Links, rechts, links. Ich finde es nur ein bisschen bescheuert, dass diese Ölkanister da einfach auf der Straße stehen. Ich meine, wer lässt sowas einfach auf der Straße stehen? Okay. Naja. Hinterfragen was man nicht. Stopp. Diesmal weichen wir Profihaft aus. Mal wieder. Diesmal muss es glücken. Dann sind wir schon mal froh, dass es endlich klappt. Okay. Es ist egal, dass ich den nicht umfahre. Es ist hier noch nicht mal wichtig, um das Level zu schaffen. Scheiße. Unfair. Wir wurden einfach mal weggenietet. Aber ihr könnt mir, ihr könnt euch mit Sicherheit gut vorstellen, dass das unfair war. Nein. Dass ich mich damals, wo ich das Spiel wirklich zuerst gespielt habe, wirklich ziemlich krumm und kringelig gelacht habe teilweise. Es ist wirklich schon verrückt, was die Leute hier gemacht haben. Aber irgendwo auch witzig. Sowas hat man auf jeden Fall nur damals gesehen. Heutzutage wird man solche Fangames leider nicht mehr sehen. Dass man sich irgendwie so eine Freiheit macht. Aber ja, ist ja auch nicht schlimm. Dafür gibt es ja noch die alten Fangames, die man zwar heutzutage nicht mehr kriegt. Aber dafür zeige ich sie euch ja. Okay, jetzt muss ich mich erstmal wieder konzentrieren. Damit ich hier ausweichen kann. Und ich platt gefahren werde. Wollte gerade sagen, jetzt kommt mir gar nichts mehr entgegen. Och, ist das euer Ernst? Ob wir das noch je was schaffen? Ich meine, am Ziel war ich ja schon. Ich glaube, ich schneide das so weit rein, bis ich das am Ziel geschafft habe. Das dauert sonst noch Stunden. Okay, jetzt haben wir es aber geschafft, oder? Yay! Beziehungsweise, nicht yay, wir werden von... Wir werden von Vartinho festgenommen. Na geil. Prison-Style. Wir sind im Knast. Und dürfen eine Parodie an das Game & Watch Spiel... Mario Brothers? Hieß das wirklich so? Ich glaube schon. Quasi... Nachspielen. Seid ihr sicher, dass du keines der Objekte findest, die... Vartinho euch gibt, oder ihr werdet aus dem Fenster geschmissen? Ach nee. Ach nee. Seid ihr sicher, dass du keines der Objekten, die Vartinho euch gibt... Ach nee, äh... Vorbei geht, sodass ihr sie aus dem Fenster schmeißen könnt. Und sie draußen überfließen lassen könnt. Gut, nach oben und unten. Okay, wie steuere ich Lugi? Weil hier steht in einem Einspieler-Spiel... Kontrolliere oder steuere Lugi... Lugi... Mit den zwei Knöpfen. Hm. Mal gucken. Oh, das ist das Gefängnis. Ziemlich verschwommen. Okay, ich weiß nicht, wie ich Luigi steuere. Beziehungsweise Lugi. Ich hab's verbockt. Ja, tut mir leid, Vartinho. Welche ist überhaupt keine Anspielung? Okay, das muss ich jetzt erstmal rausfinden. Welche Knöpfe. Aber jetzt hab ich sowieso gerade erstmal verbockt. Ach, scheiße. Scheiße, ich hätt's nochmal üben können. Aber das noch rausfinden? Ah, jetzt hab ich's. Ah, gut. Jetzt hab ich die Knöpfe C... Äh, Quatsch. V und B. Oh Gott. Hat jetzt natürlich echt gedauert, das rauszufinden. Und natürlich sehen... Martini und Lugi diese Sachen doppelt. Wie soll's auch so anders sein? Und ein Ass-Controller. Ja, warum auch nicht? Na so. Weg damit. Okay, jetzt gibt er uns Fleisch. Ne Bombe. Martini, du hast sehr merkwürdige Sachen, die du uns hier gibst. Das war knapp. Ich find auf jeden Fall wirklich schon witzig, dass das eine Hommage an das Game-and-Watch-Spiel ist. Also hier hat man auch sehr viele Sachen parodiert. Scheiße. Okay, das war der erste daneben. Nicht schlimm. Aber hier muss man wirklich sehr gut koordinieren. Vor allem ist das unfair, wenn Martini dann direkt schon sofort wiederkommt. Aber Martini ist hier das offizielle Klischee eines amerikanischen Polizisten. Mit einem Donut in der Hand. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Okay, jetzt aber. Als erstes mit einem Geschenk anfangen. Ganz bequem. Passt ja zu Weihnachten. Auch wenn die beiden das nicht behalten dürfen. Oder behalten werden. Weil die das einfach mal aus dem Fenster schmeißen. Tick-Tack haben die hier sogar auch. Okay. Sieht zumindest aus wie Tick-Tack. Ich frag mich, was wir noch für merkwürdige Sachen sehen werden. Okay, eine zerbrochene Flasche. Und ein Taco. Ja, die schönen Lebensmittel, ne? Ist aber wirklich sehr übel im Kopf reinzukriegen, mit welchem Knopf ich mit, ja, mit Lugi dann nach oben und nach unten gehe. Das ist das gerade, was mir gerade ein bisschen Probleme bereitet. Toast. Na, die Schaufel, die tut mir auch gerade schon leid. Oh, nein. Nicht das Vieh aus, ähm, New Zealand Story. Ach, Mann, ich sag's ja, diese Koordination ist echt schwer. Damit hab ich gerade gewaltige Probleme. Das ist auch so unfair. Okay. Ich denke mal, einen Versuch mach ich noch in der Aufnahme, sonst schneid ich das entsprechend rein, wenn ich alle Sachen rüber geschickt habe. Weil schwer ist es schon. Also da find ich es einfacher, wenn für Lugi die Tasten besser gelegt worden wären. Da hast du sogar einen Schlüssel dürfen wir wegschmeißen. Das war knapp. Und nochmal Tic Tac. Am übelsten finde ich es, dass wir wirklich, wie die das mit diesem verschwommenen Effekt gemacht haben. Als ob man das irritieren würde. Sogar ein Eis. Ach, Mensch. Martino. Warum Eis? Also dieser Polizist ist auf jeden Fall für Lebensmittelverschwendung. Was ich nicht gut heiße. Also ich bin einer, der schmeißt auch nicht gerne Lebensmittel weg. Ich versuche, so gut es geht immer meine Sachen aufzuessen. Weil ich finde das immer schade. So, weg. Eine Schaufel. Und Toast. Aber auch diese Game-and-Watch-Sound-Effekte dazu. Also spätestens daran müsste man wirklich erkennen, dass das eine Parodie an einem Game-and-Watch-Spiel ist. Wenn man Game-and-Watch überhaupt groß kennt, die Spiele davon. Okay, jetzt willst du es wissen. Scheiße. Sorry. Du machst es mir ja auch nicht gerade leicht, so viele Sachen wie du hier drüber haben willst. Ne, ich komme nicht mehr klar. Das ist so schwer. Ne, das ist was. Okay. Ich schnapp rein, wenn ich einen Versuch geschafft habe. Das wird sonst dauern. Ich sehe es jetzt schon. Okay, wir haben es geschafft. Und werde einfach mal weggespült. Das war aber sehr klar, wie ihr gesehen habt. Und wir sind jetzt unter Wasser. Natürlich noch eine kleine Schwimmpassage. Die natürlich ein bisschen merkwürdig ist. Kontrolliere den Alkohol, um den Brüder aus diesem Wassergrab zu helfen rauszukommen. Werde nicht getroffen und falle nicht außerhalb des Bildschirms. Oder die Seekreaturen könnten einen sehr schmackhaften Snack bekommen. Naja, klingt simpel. Wir dürfen sozusagen diese Flasche hier steuern. Der soll dann sozusagen folgen. Es klingt ein bisschen bekloppt. Es sieht auch bekloppt aus. Aber es funktioniert. Das ist eine sehr interessante Schwimmmechanik, wenn ihr mich fragt. Also die merkwürdigste Schwimmmechanik in einem Jogrun, die ich je erlebt habe. Also ich bin gespannt, wie gut das hier läuft. Ja genau, Martinio, Folge der Flasche. Folge hier unauffällig. Und dann kommen wir hier auch ganz gemütlich durch. Tja, und da haben die beiden wirklich einfach mal alles geflutet, weil sie die Sachen so sehr... Oh Gott. Einfach mal ins Wasser geschmissen haben. Also merkt euch Leute, wenn ihr mal in den Knast sein solltet, schmeißt einfach Sachen aus dem Fenster. Aber vielleicht kommt ihr damit frei. Ach, naja. Wird mal nicht hoffen, dass man in den Knast landet. Ich glaube, schön ist es dort nicht. Deswegen merkt euch, dass es erst nicht so weit kommen. Deswegen noch einmal, weil es so schön war. Trinkt nicht und fahrt. Also don't drink and drive. Ganz wichtig. Auch sonst empfehle ich euch als gut gemeinten Rat, trinkt Alkohol nicht in rauen Mengen. Also sprich, übertreibt es nicht. Ich selbst bin einer, der wirklich ganz selten mal Bier trinkt oder überhaupt Alkohol. Wirklich in ganz, ganz seltenen Fällen. Man könnte sagen, fast gar nicht. Ist halt nicht so meins, wenn ich ehrlich bin. Und ich finde es halt auch so, wenn ich ehrlich bin, schon nervig, wie viele da halt immer so sagen. Ja komm, trink einen mit und so, dass man halt voll oft von vielen genötigt wird. Sei es auf Partys. Au. Oder sonst wo. So sieht ein schmackhafter Snack aus. So, jetzt bin ich wenigstens hier an diesem Hai vorbei. Das heißt, jetzt könnten wir es schaffen. Uhu, wir haben es. Und wir haben trotzdem ein Snack-Enten. Geil. Game Over Credits. Nö, wir waren einfach mal gestrandet. Scheinbar waren die doch nicht so schmackhaft. Oh je. Und was machen die beiden jetzt auf einer einsamen Insel? Vorsicht, kein, äh, keine Wälderei. Stattdessen lesen sie aber Rentiersaison eröffnet. Ja, nur blöd, dass in diesem Fall, ja, super, dass das Aura gezeigt wird. Das Abenteuer geht weiter für die Premium-Mitglieder. Leider habe ich, wie gesagt, die Vollversion nie bekommen, beziehungsweise nie gesehen. Sprich, wir werden nie sehen, wie dieses Abenteuer enden wird. Ja, ist gut, ja, kann weg. Aber trotzdem werden wir... Okay, kann man das auch wegmachen? Ich wollte eigentlich das Spiel resetten. Weil ich wollte nochmal ein paar Level jetzt, äh, zeigen. Okay, Moment, das haben wir gleich. Ich muss das Spiel wahrscheinlich neu starten. Das ist total blöd, dass man das nicht mal wegdrücken kann. Egal, wir sehen uns gleich nochmal beim Titelbild. Und da wären wir auch wieder beim Titelbild. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, jetzt wo das Spiel sozusagen mehr oder weniger abgeschlossen ist, zumindest die Demo. Dann können wir jetzt quasi den Challenge-Mode machen. Versus und Extra werde ich gleich auch nochmal reinschauen. Aber erstmal Challenge, weil bei den ersten Leveln gibt es da eine Besonderheit. Nämlich, das wird in dem Fall so das, ähm, ich sag mal, amüsantere von allen Leveln. In diesem Challenge-Mode. Nämlich geht es darum, wirklich Princess Schnaps zu beeindrucken. Also, in dem Fall gibt es natürlich ganz andere Antwortmöglichkeiten als in den Original-Story-Level. Okay, Martino. Question 1. Was ist mein Lieblingsfarbe? Ich liebe diese Stimme einfach nur geil. Jetzt muss man natürlich raten, was ihre Lieblingsfarbe ist. Ich weiß nicht, was Pews heißt. Wir können sie umbringen. Limongrün oder Bier? Also, wir können die verrücktesten Antworten nehmen. Ich versuche jetzt erstmal die richtigen zu machen. Und wenn wir das geschafft haben, machen wir mal die lustigere Antworten. Weil es kommen dabei nur geniale Sachen raus. Also, Limongrün müsste es sein. Lime Green. Ja, ich liebe Limongrün. Okay, Martino. Question 2. Hmm, wenn ich ein Twinkie wäre, was würdest du mich mit füllen? Ähm, Bier? Nee, ähm... Ich würde sagen Maple-Sirup. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ein Twinkie ist. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung. Aber es müsste der Ahornsirup sein. Maple-Sirup. Okay, das war falsch. Ich glaube, dass du das einfach gesagt hast. Okay, Martino. Video-Sirup. Question 1. Kann man das nicht überspringen? Was ist mein Lieblingsfarbe? Nee. Ich komme einfach auf diese Stimme nicht klar. Okay, ich glaube, wir machen das doch folgendermaßen. Wir machen erst mal die falschen Antworten, mehr oder weniger. Und gehen dann zur richtigen Antwort. Ähm... Ich glaube, hier, wenn ich Bier antworte und Pews, wird wahrscheinlich nur dasselbe kommen wie von wegen... Wie kannst du mir etwas sagen? Oder man kriegt, äh, du Schwein. Okay. Jetzt kommen wir aber zu viel witzigeren Antworten. So dumm. Aber irgendwie auch witzig. So. Wir wollen sie mal umbringen. Ich fand das schon damals so amüsant, diese Antwortmöglichkeit. Bringt er sie einfach mal um. Aber ich glaube, bei den anderen Antwortmöglichkeiten passiert nichts Spannendes mehr. Und deswegen... Gehen wir direkt... Limon in Grün. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie viele Fragen es gibt. Muss ich dazu sagen. Wenn ich ein Twinkie wäre... Wenn ich ein Twinkie wäre... Was würdest du mich mit füllen... Dann würde ich... Dann würde ich, äh... Creamcorn sagen. Das ist auch falsch. Wie gesagt, ich weiß leider echt nicht... Was ein Twinkie ist. Das ist jetzt gerade mein Verhängnis. Dann kann es nur Bier oder von allen Sachen sein. Okay, wir überspringen jetzt die Frage. Okay, Martino. Question 2. Wenn ich ein Twinkie wäre... Was würdest du mich mit füllen? Ich versuche es jetzt mal mit einem von den da oben genannten. Oh, ich liebe eine gute Varieté. Ich will nicht wissen, wie er es schmeckt. Okay, Martino. Question 3. Okay, das war tatsächlich die falsche Antwort. Okay. Na ja, Versuch. Okay, Martino. Question 3. This is very important to me. Nun sag ich mal... Okay. Ikki doki. Okay, Martino. So einfach. Question 4. It's my birthday. What do you get me for my birthday? Okay. Hat die Antwortmöglichkeiten. Man kann hier SCA-AMP-E geben. Schuhe, Bier oder Schwangerschaft? Ähm, ich würde sagen Schuhe. Okay, wir nehmen aber einfach mal Just for Fun Schwangerschaft. Mal gucken. Ich glaube, da wird wahrscheinlich eh nur eine langweilige Antwort kommen. Aber einfach mal für den Spaß an der Freude. Pregnant. Oh, ich kann mich nicht glauben. Okay. Okay. Leider nur eine langweilige Antwort. Gut, nochmal. Okay, Martino. Okay, Martino. Question 4. Was wollen wir ihr denn sonst schenken? Es ist schwer zu sagen. Ich meine... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die richtige Antwort war. Beziehungsweise... Ja doch, müssen eigentlich Schuhe sein. Ich glaube, bei den anderen wird auch nichts Spannendes mehr an Antworten von ihr kommen. Was schade ist. Na ja, wir nehmen die Schuhe. Schuhe. Ich kann nicht glauben, dass du siehst. Sie wird sich über Schuhe nicht freuen. Okay, das ist Prinzess Schnaps. Sie zicken ein bisschen anders, glaube ich. Scheiße. Okay, Martino. Question 4. Es ist mein Geburtstag. Was hast du mir für mein Geburtstag? Ich glaube, ich weiß, was mein Fehler war. Hookers kann auch, glaube ich, Stöckelschuhe heißen. Das ist wahrscheinlich hier in dem Fall eine Fangfrage. Dass man darauf reinfallen könnte. Wir nehmen einfach die Hookers. Hookers. Yeah. I love fish. Oder Fisch sogar, okay. Okay, Martino. Question 5. I like animals. Was ist dein Lieblings? Was ist dein Lieblings? Also Bier ist es auf jeden Fall nicht. Ziegen, Giraffen, Hunde oder Bier? Ich will einfach just for fun mal wissen, was bei Bier jetzt kommt. Es ist mir wahrscheinlich... Okay, wir machen es einfach mal. Bier. Ich kann es nicht glauben, dass du das einfach gesagt hast. Ich habe es verkackt. Ich hatte irgendwo gehofft, dass bei irgendein dieser Sachen auch irgendwie die Antwort Bier tatsächlich eine richtige Antwortmöglichkeit wäre. Ich habe mich geirrt. Okay, Martino. Oh, question 5. I like animals. Was ist dein Lieblings? Gut, dann bleiben jetzt nur noch drei Antwortmöglichkeiten. Wenn ich, wie gesagt, noch im Kopf hätte, war es wirklich die Antwortmöglichkeit, weil die richtigen waren. Das ist einfach scheiße, wenn es zu lange her ist. Ich hätte es vor der Aufnahme vielleicht mal spielen sollen, dann hätte ich dieses Problem nicht gehabt. Egal. So bleiben auch noch ein paar Fail-Sachen drin. Muss auch mal sein. Es kann ja nicht alles immer skillmäßig verlaufen. Ich nehme mal die Giraffen, weil... Ihr wisst schon. Giraffen? Okay, Martino. Okay, Martino. Question 5. I like animals. Was ist dein Lieblings? Okay, dann versuche ich es mal mit Ziegen. Weil mit Ziegen kann man entsprechend nichts in gewisser Hinsicht falsch deuten. Würde ich jetzt sagen. Gut. Ja, und ihr seid so schön. Sag ich doch. Okay, Martino. Letzte Frage. Ich habe eine 5. Blanca und es ist unser 1. Däntnis. Was willst du machen? Ich glaube, Tazusoft-Spiele spielen ist die richtige Antwort. Ich mache es einfach mal. Mal gucken. Tazusoft-Games. Das klingt wie ein tolles Weg, um die Zeit zu spenden. Dein Handy, dreamy Martino. Und somit haben wir Princess Schnaps, ich sag mal, erobert. Das ist schon bescheuert. Im Prinzip sind die Challenge Models einfach nur erschwerte Varianten dieses, ähm, ja, der Level. Also, es gibt eigentlich nichts Besonderes mehr da jetzt groß zu zeigen. Ein Level werde ich noch machen. Ähm. Aber ja, im Prinzip gibt es da jetzt nichts Spannendes. Man kann jetzt quasi nur noch hier diese Bierkrüge kriegen, die sozusagen nichts Großes mehr sind. Ich will gerade aber nochmal gucken. Achso, man braucht alle 10 goldenen Bier, ähm, Gläser, um die extra Features anzeigen zu lassen. Das kann man also in der Demo gar nicht erreichen. Ich weiß noch nicht mal, was der Versus-Mode nochmal war. Ah, okay, noch ein paar Minispiele. Donkey Pong, Dr. Martino, Martino Frisbee. Ja, aber ich glaube, die gucken wir uns auch nochmal an. Achso, dazu brauchen wir, äh, Bierflaschen. Okay, ich würde sagen, die werde ich offscreen noch einmal kurz holen und dann schauen wir uns gleich die Minispiele an. Beziehungsweise, ich zeige eins noch. Wie gesagt, das sind jetzt eigentlich nur noch, jetzt der Schwerte Level. Die man schaffen kann. Und man kann es auch sehen, ob man es halt hingekriegt hat. Hier das sechste Level, welches wir gar nicht in dieser Demo sehen können, beziehungsweise spielen können, weil die Demo da endet. Aber die anderen fünf können wir halt noch schaffen. Das heißt, ich muss dieses Level auch noch machen. Okay. Das hier ist auf jeden Fall auch richtig ätzend. Nämlich muss ich hier, ähm, genau hier steht es auch. Ähm, die Straßen sind von Passagieren, ähm, oder, ja, von Passagieren, ähm, ähm, Geflutet. Ähm, treffe zehn von ihnen, um diese Challenge zu schaffen. Das ist nicht leicht. Und ihr wisst, wie übel das ist, wenn man von einem LKW getroffen wird, war es das schon. Diese Figur müssen wir treffen. Ähm, die Leute von Tatsusoft, ähm, kann hier auch etwas zu erzählen. Ähm, haben diese Figur quasi auch an Anlehnung eines The Legend of Zelda Fangames. Sozusagen erfunden. Welcher hier sozusagen einen Gastauftritt bekommt. Bekommen hat. Ups. Die haben auf jeden Fall schon sehr verrückte Spiele gemacht. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie diese Figur heißen soll. Das Spiel habe ich auch nicht mehr. was das haben sollte, weil ich fand es nicht so geil. Muss ich ehrlich sagen. Ich fand das hier irgendwie amüsanter, weshalb das halt all die Jahre noch da geblieben ist. Und ich es halt immer noch spielen kann, wenn ich will. Einfach nur wegen der Beklopptheit. Und ich bin froh, dass ich es euch wenigstens auch mal näher bringen konnte. So, wenn ich jetzt noch einmal tot gehen sollte, was ich wahrscheinlich werde, werde ich, wie gesagt, die ganzen anderen Challenges aus Scream machen, dass wir uns die zweite Bonus-Mini-Spiele noch ansehen können. Also der Versus-Spiele. Ach, scheiße. Okay. Auf jeden Fall wirklich, diese Variante ist wirklich schwer. Aber trotzdem finde ich einfach nur amüsant, was die hier für eine führerige Idee hatten. Wenn mal mehrere Fangames so bekloppt wären. Aber heutzutage wird sich das, glaube ich, keiner mehr trauen. Naja, wie dem auch sei. Also vier habe ich erst getroffen. Das Blöde ist, diese Passagiere, die stehen einfach irgendwo auf der Straße. Man kann nicht mal absehen, wo die stehen. Um das wirklich abzuschätzen, wo man sie treffen könnte. Ohne dabei jetzt groß von einem Auto oder von einem Ölfass getroffen zu werden. Okay. Gut. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Wir sehen uns dann jetzt bei den Minispielen, wenn ich alle Bierkrüger habe. Okay, liebe Leute. Wie es aussieht, durfte ich schmerzend feststellen, dass wir leider nicht alle Challenges machen können. Was ein bisschen blöd ist. Sprich, wir können nur ein einziges Spiel sehen. Ich habe jetzt quasi in den ersten vier Level den Crew kriegen können. Beim fünften Level kommt auch wieder diese Meldung von wegen, dass man nur als Premium-Mitglied das Ganze weitermachen kann. Was ein bisschen schade ist. Weil ich hätte euch echt gerne, ja, das andere Minispiel auch noch gezeigt. Somit kann ich euch jetzt nur noch Donkey Pong zeigen. Dr. Martino werden wir nicht sehen können, weil wir brauchen fünf. Wir kriegen aber leider keinen fünften. Was ein bisschen schade ist. Naja gut. Schauen wir uns auf jeden Fall Donkey Pong auch noch einmal an. Insert Coin. Ich habe aber keine Coins und Nu. Okay, wollen wir uns das einfach mal ansehen. Ist, glaube ich, einfach ganz simpel. Schön die Donkey Kong Musik. Okay, wir sind auf Eseln. Weil ihr Donkey ja auch Esel heißt. Man ist quasi wirklich in Form eines Pong-Spiels. Das blöde Spieler 2 halte ich jetzt natürlich keine Steuerung. Ist einfach nur eine simple Variante von Pong. Scheint, dass Dr. Martino nicht funktioniert. Weil ich hätte echt gern gewusst, wie das dann aufgebaut geworden wäre. Aber gut, dann können wir sagen, haben wir zumindest alles, was möglich in diesem Spiel ist, gesehen. Ich werde anschließend nach meiner Verabschiedung gleich auf jeden Fall noch sozusagen Ausschnitte aus den zwei Levels, die ich jetzt quasi nicht gezeigt habe, zeigen, wie die halt in der schwierigen Variante sind. Aber auch nur einen kurzen Ausschnitt. Also es ist wirklich nichts Spektakuläres bei den anderen beiden Leveln. Es ist zumindest bei den Game & Watch Dingen wirklich ziemlich knackig gewesen mit dem, was man da machen muss. Das ist sonst, wie gesagt, an sich wirklich eine verrückte Parodie als Spiel. Also, es ist schon was sehr Verrücktes. Und ich finde, wie gesagt, schade, dass es heutzutage solche verrückten Parodien nicht mehr gibt. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, für diejenigen, die sich das bis zum Ende angeschaut haben. Meine letzten wichtigen Worte sind auf jeden Fall noch ganz wichtig. Don't drink and drive. Und nehmt euch meine Worte zu Herzen, denn trinkt Alkohol bitte nur in groben Mengen. Das meine ich ernst. Ich habe genug Leute, viele Jahre und so mit Leuten zu tun gehabt, die entsprechend zu viel davon konsumiert haben. Ja. Und man merkt halt dann sehr gut, was Alkohol mit einem anstellen kann. Mein gut gemeinter Rat an euch, trinkt nicht zu viel, mal ein bisschen, okay. Ich meine, ich kann euch nicht zwingen, aber es ist mir halt ein gut gemeinter Rat, es nicht zu übertreiben. Das hat sich jetzt so angeboten, mit diesem Spiel auch mal zu übermitteln. Aber wie gesagt, ganz winzig, äh, ganz witzig, ja. Ganz wichtig, don't drink and drive. Also wirklich nie nach einem Alkohol trinken, da ist auch nur ein bisschen fahren. Solltet ihr nicht tun. Aber das ist jedem selbst überlassen. War nur jetzt nur ein gut gemeinter Abschlussrat von mir. Was ihr macht, ist ja euch eigentlich selbst überlassen. Naja, wie dem auch sei. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffentlich sehen wir uns dann am 4. Dezember beim nächsten Spiel dann wieder. Deswegen sage ich an dieser Stelle, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. You made it this far, Hercules, but now you will die!